Informationen über das Personal finden sich in den Personalakten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Registrieren Sie Ihren Körper noch heute für die Kompostierung. Seien Sie wenigstens nach Ihrem Tod für etwas gut. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Stubentiger? Versuch's mal mit Bürolöwen. Kein Schreibtisch ist sicher, wenn diese Miezen an die Arbeit gehen. Auf nicht so leisen Pfoten wühlen sie sich problemlos durch jeden Papierkram. Miau! Die Bürolöwen. Jetzt täglich auf Bungle Kids. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio Two Point. Make- sweete sind wohn stars. In der Idle-Wallöwen. Spannende Musiker ist Freunden. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Verbesserte Maschinen sind besser als normale Maschinen. Wer hätte das gedacht? Wer hat diese Maschinen? Wer hat deine Maschinen? Wer hat die Maschinen? Und wenn du jetzts in der Maschinen hier bist, wo es ihr hier sind? Wer hat die Maschinen? Vielen Dank. Das war's für heute. Wir bitten Patienten, unseren Ärzten das Leben möglichst leicht zu machen. Verbindlichsten Dank. Dank. Süsifus-Arbeit. Kaufe neue Grundstücke, um deine Überlegenheit auszuweiten. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Kartenpfleger zur Station, bitte. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Ein Arzt zur Topferei, bitte. Ein Arzt wird in der Topferei verlangt. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Heute habe ich nur ein einziges Wort für Sie. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Ein Arzt in die Arzt. Für mich, bitte. Ein Arzt in der�zer, Datengericht. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Wir möchten Patienten bitten, sich entweder zu erholen oder zu sterben. Schwankungen werden nicht toleriert. Die Entleuchtungsklinik benötigt einen Arzt. Untertitelung. BR 2018 Ihr hört Harrison Wolff. Auf Radio Two Point. Ihr hört Harrison Wolff, die einsame Stimme der Vernunft. Und ich bin hier, um all euch wachsamen Zuhörern da draußen die Wahrheit zu verkünden. Öffnet eure Augen und Ohren und findet heraus, was wirklich vor sich geht. Aber zuerst Musik. 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 Untertitelung. BR 2018 Ein Arzt zur Entleuchtungsklinik, bitte. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Ein Arzt in die Psychiatrie Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Ein Arzt in die Psychiatrie 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 Ein Arzt in die Psychiatrie